Norddeutscher Rundfunk 2021 Wie krass ist das denn? Das ist ja echt eine Burg. Hier und hier wohnt niemand. Stell dir vor, wir filmen hier etwas, was wir uns nicht erklären können. Wir waren jetzt hier irgendwie ein paar Tage und ich finde es reicht dann auch irgendwann. Ich will nicht mehr hier bleiben. Ich will mich nicht fragen. Hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Mir ist die Angst ihm ins Gesicht geschrieben. Es war geil. Die tote Taube war das Allerschlimmste. Sehr gruselig war der Film. Würdet ihr den Film weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Wenn man auf Paranormal Activity Filme steht, dann auf jeden Fall. Ich finde ihn deutlich besser. Die Präsenz muss man ganz klar empfehlen. Das ist ein schöner deutscher Horrorfilm. Den sollte man gesehen haben. Und ja, das ist toll, dass es sowas gibt. Obwohl Poltergeist-Phänomene bis heute nicht wissenschaftlich bewiesen sind, steht eins fest. Die Menschen haben Angst davor. Wie geht es? Das ist mir nicht. Wie geht es? Wir sehen uns mal.